Du hast, äh, hau dir, folgst und willkommen zurück zu Coral Island. Du hast letzte Nacht einen grossen Einschlag gespürt. Ich habe ein bisschen was extra gemacht. Ein Fusik. Herzlichen Dank. Das ist ein Piratista. Das ist ein Piratista. Ich glaube, das ist das erste Wartegesetz. Ein Ei. Ein Entenei. Ich kann den Kornste klazen. Ich habe den Honig. steck 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 Spannig. Ein Zug. mal gucken ob ich da noch was binden. Hey Jack. Zurzeit ist es wirklich sehr schwierig die nötigen Dinge für die Range zu bekommen, auch mit der neuen Staffel. Ob es nicht genug Vorräte gibt kann ich in vier Minuten eine begrenzte Ausland an. Sollte Ich bin gerne draussen bei den Insekten. Ich persönlich habe nie verstanden, was so reizvoll am Star Red Town sein soll. Die Stadt ist mir ein bisschen zu verschlafen. Dann putz dich. Ich sehe mich. Ich sehe die Stadt. Ich sehe mich, dass ich hier nicht schlafen habe. Ich kenne mich. Ach, die letzte Stadtbewegung macht nicht wirklich einen grossen Unterschied, wir waren schon mal besser als das. Ja, vielen Dank, danke. Ja, vielen Dank. Aber hier Hey Luke, das hat der Sommer an sich, dass ich immer Lust habe, mir meine Golfschläger zu schnappen. Der Baum, ihm geht's besser. Das ist Magie. Wenn es nicht unbedingt sein muss, bleibe ich bei so einem Wetterliebe zu Hause. Fertig. Vielen Dank, meine Lieben, das ist sehr richtig toll. Fischen wir noch ein bisschen bis 9 Uhr. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die Untertitelung des ZDF, 2020 Es stimmt draussen ziemlich. Also könnte ich auch ganz einfach den Schmelz aufeinanlassen und ein wenig abgehen. Ich habe gehört, das sind jetzt vielleicht Ärzte von besserer Qualität in der Höhe. Stimmt's? Aber man muss sie noch immer abhauen, oder? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Gegenstand spenden ... 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 Ich weiss nicht, ob ich die verkaufen kann. Eine Walle, verletzte Beine. Eine Walle, verletzte Beine. Ich finde das mehr so als nicht. Ist das schon ein Glückspark? Ja, dann gehen wir halt schlafen, weil wir keine Energie mehr haben. Wetter, Wetter, Wetter. Wetter, Wetter, Wetter. Wetter von der Zeit ist sonnig. Mir gefällt eigentlich der Regen. Jawohl. Und guten Nacht und see you next time. Ich hoffe es klappt mittlerweile mit dem scheiss Audio. Und see you next time. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020